Äh, I go beer. So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge CS GO. Die letzte war katastrophal, die kommt auch nicht online, die wird direkt wieder gelöscht. Eventuell vielleicht ein paar funny Szenen daraus, aber ansonsten... Natürlich direkt gekillt. Meine Nate scheint jemanden erwischt zu haben. Nice! Good job, guys! Good job, guys! Good job! Good job! Good job! Good job, madam! Good job, dagegen! We're still doing this. You can find yourself out. Ah, CT. CT, CT. Sehr gut. Entschuldigung. Entschuldigung, ich sehe es nicht. Das war eine SSG. Ich glaube, das war nur ein Scout. One is car, two car. Bomb is dropped by me. Sorry. Ich habe die Bombe. Ich habe die Bombe. So. Ich habe die Bombe. ein Bier Arscherz. Ich komm, ich komm. Eilung. Was, was, was? Pit. Keine Ahnung. Was ist Pit? Links, links ist schon. Nimm meine Arme. Wo, wo, wo? Connect da. Links rum, links rum. Ja. Warum hat er eine Mag 7? Ich meine, er hat 4200, weißt du? Bis dann. Guck. Was? Connector. Connector. Connector, maybe, and BFs. Only one BFs. Push. 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 Where? Push. BFs. BFs. ich bin full flash war er schon hinter mir sorry guys weil der andere hatte die bombe getroppt ich wollte mich ein bisschen in die ecke stellen und halt warten bis er kommt er hat sich ein bisschen deutsch an der gelbe da mitte in der ecke oben er ist ein polacke das ist up up mit chill you had the bomb das kann doch nicht sein ihr hört euch glaube ich gegenseitig so willst du das hier schmieren ab mach небes d d d d d d Ich habe direkt gefressen. Ich treffe ihn nicht. Fuck, voll flasht. Ich war voll flasht, so ein Scheiß. Ja genau, no way. Ich war voll flasht. Ah, schade. Okay. Nice try. Nice. Ich hätte ihm das Ace ja gegönnt. Ja, ne? Iko. Iko! Boba kauft ne Arbe! Also denkt dran, wir haben alle nur Pistols, aber hat keine Unterstützung von uns, gell? Okay. 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 So weit runter. Ja, aber wenn er gebückt mit der Arbe kommt, bin ich zu hoch. Dann nur stolz schnell reagieren. Okay. So weit runter. 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 Ja, aber direkt ums Eck kommt. Ich hab den gar nicht. Ich auch nicht. Boah, das war mega die schlechte Echo. Einen Kill haben wir gemacht. nein es ist alles noch drinnen wir führen noch und noch ein Echo vor, ne ja Echo B ist klar, das Moment. Connector. Connector? Smoked short? An A? Connector? 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 Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Niemand kann das aufnehmen. Flash on B, Smoke B, Plant B, Plant B, Bombus B, ja. The apps I think is someone, two orbs, two orbs, I think, you check short I think. Ich wurde voll von short weg gefistet. Ich dachte eigentlich der andere guckt short weiss. Boah, wir hatten die Bombe so safe. Careful here though. Ärgerlich, die Runde war verschenkt. The app steps. Too short, too. Check mal an, da genau, ich hab's selbst gehört. Also einer ist ganz close bei Short mit einer Arbe und er blickt's nicht. Onspot, onspot. Sind beide B gekommen. Da links, links ums Eck. Nice guys, nice. Schatz, warte. Die sind bisher nicht einmal auf A gekommen. Doch, das erste Mal. Ich denke, Short vielleicht. Ich weiß nicht. Komm, Connector. Äh, nicht Connector. Jungle. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist ja auch alleine. Ja, aber ich meine jetzt nur. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ah, scheiße, ich habe ihn zu spät gesehen, sorry guys. Das ist der Gift heim. Das war's. Short one, low HP. Ich hab ihm 96 gegeben auf Short und er kommt mit seiner Negev-Wish und macht mich weg. Wir hatten doch die Bombe, wie können wir schon wieder alleine sein? Also nur noch einer. Ja, Entschuldigung, dass ich mir auch noch eine stopfen möchte. Das war's. 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 Das hat's. Das war's. Und schiefen ganzen Dingern. Alright. Let's try. Vielen Dank. Das kann nur noch einer sein. Warum gibt er keine Infos, wenn er drauf geht? Das wäre jetzt so ärgerlich, wenn wir die Runde verlieren. Er hockt hinter der Box so ärgerlich. Aha, doch jemand, der Deutsch kann. Ich habe es doch gewusst. 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 Wer will sie? Du hast es ja. Immer gerne. Ich habe es doch gewusst. 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 Wir waren da wieder viel zu langsam. Ist der da um? Ja. Achtung, Connector. Wo? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Sorry, ich sehe es nicht. Niemand nimmt die Bombe und plant. Sorry. Sorry. Aber sowas von. Wer will die Aare? Naja, gut, bevor sie hier rumliegt, nehme ich sie halt, ne? Wie konntest du die jetzt nicht finden? Ich habe sie nicht gesehen, ich schwör's. Ja, guck doch auf die Lärm. Ja, habe ich ja. Ich habe sie gesehen, dass ich um sie rumlaufe, aber ich habe die Bombe nirgends gesehen. Und der Bubba klaut mir den Kill. Ähm, Pallas, Apps? Apps? Wie kann Apps einer sein? Ah, halb bei B. Ah, halt bei B. Aber ich war so langsam grad eben. Aber ich war so langsam grad eben. Ja. 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 Passt mich du weit? Ich hab dich voll erwischt, gell? Als ob, wo kommt der her? Wie kannst du den nicht sehen, Papa? Du musst doch da ums Eck gucken, wenn du rausläufst. Ja, du musst, du musst. Du bist echt ein Held. Wir haben da so lange rumgedreht. Er saß genau da. Schatz, ihm! Das war so eine verschenkte Runde. Ja, ja. Du hast mir vorher auch zwei Kills geklaut, also sei bloß ruhig. Wie konnte ich denn nicht drauf haben, dieser feige Hurenkind? Jetzt plant. Und... ... ... ... Das war's für heute. Ich habe den auf Ramp angesagt. Ja, aber ich nehme direkt einen Headshot. Warum plantet denn niemand? Danke, Blau. Ja, wir kommen zurück, das ist gut. Baderkanal. Baderkanal. Ich sehe, da ist einer direkt schon wieder ganz close. 2, 2, 2. Warum bin ich da alleine? 3 Ramp. Ich denke, einer ist tot. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 1, 12, 20, 13, 14, 14. Hat irgendjemand Kitschen um sich? Nein. Ich habe eine Möcke auf der Hand. Wann? Alter, wie konnte der dich verfehlen? Guys, zwei auf dem Spot, wo sind Sie? Aber der eine war gerade schon echt bitter, dass der dich verfehlt hat. Er stand genau neben dir mit der Awe und kriegt dich nicht. Ja, ich habe dich doch gerade gefragt, ob jemand in die Kitschen kommt. Und ich habe gesagt, nein. Okay. Aber trotzdem, er stand ja direkt neben dir. Du hast ihn nicht gesehen, weil du im Scope warst. Und er kriegt dich einfach nicht. Weißt du, er hätte dich sogar messern können. Ich bin auf B. Lass mich durch, lass mich durch. Hör auf, mich zu blocken, Mann. Du hast mich geblockt. Ich habe doch gesagt, lass mich durch. Du kannst doch nicht mitten im Weg stehen bleiben und die anderen blocken. Halt die Klappe. Ich habe hier gerade einen Invisier. Er schmeißt mir eine Granate und du springst hinter mich. Ja, ich dachte nicht, dass du stehen bleibst. Du kannst doch nicht mitten im Weg stehen bleiben. Man springt auch nicht dort runter. Man springt auch nicht mitten im Wegst. Jetzt weißt du auch nicht, wohin du laufst, ne? Ne, weil ich keine Ahnung hab, was wir tun sollen. Gehen wir A, gehen wir B. Achtung, hinter euch! Ja, ich bin fullflasht, ich seh gar nichts. Sorry, sorry, sorry. Du sagst hinter euch, ich hör da jemand, also schieß ich. Nehmt schon mal die Bombe, ich hab ne Ahnung. So, 30. Ja, ich bin sch wherein die Bombe, ich bin hier nicht heroisch. Sie denken, dass ich jemanden und nicht wieder schießt. Okay, so schön. Fuck, kurz usted obedience. Immer werdet. Jetzt schaust du den Apps rein. Ich bin schon wieder nur noch letzter, das gibt es doch nicht hier. 3 oder so Ramp. 4 oder so Ramp. 5 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 oder so Ramp. Jetzt machen wir das und gewinnen. 5 oder so Ramp. 5 oder so Ramp. 10 oder so Ramp. 3 oder so Ramp. 9 oder so Ramp. Farbe 5 otur. GG ja war doch ganz okay noch auf den zweiten dritten platz hoch gepläntet hier alles klar hässlichste teil ever so das war es zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst ein like da bis zum nächsten mal ciao